Ich grüße alle Elektroniker, Elektriker, Elektrotechniker und Elektrotechnik begeisterten Fans. Mein Name ist Nils Elsner. Wir von Dr. Volt, wir wollen euch heute wieder ein neues Produkt vorstellen und zwar geht es um eins aus unserer TD Serie mit der Nummer 6442. Ich muss den Stromverteiler, sprich Plug-and-Play, hinten anschließen und man kann loslegen. Wenn wir von außen schauen, wir haben hier einmal vier Schuko-Steckdosen, die man immer brauchen kann. Jeder, der auf dem Bau arbeitet, der wird es wissen. Dann haben wir einmal eine CE-16A-Steckdose und eine CE-32A-Steckdose. Alle Steckdosen vom namenhaften Hersteller Mannekes. Damit kann man nichts falsch machen. Wie gerade erwähnt, der Stromverteiler ist komplett vorgefertigt zum Innenleben. Verwendet wurden 4 Quadrat und 2,5 Quadrat. Innen drin findet ihr noch eine Kabelverschraubung. Den Anschluss könnt ihr dann individuell, von welcher Seite ihr das auch immer wünscht, vornehmen. Ihr seht, wir haben von allen Seiten einmal hier oben, von der anderen Seite Sollbruchstellen. Somit könnt ihr das individuell an eure Gegebenheiten beziehungsweise an euer Projekt anpassen. Wenn wir mal hier reinschauen, sehen wir die Automaten vom Hersteller gewiss. Dann haben wir hier einmal zwei C-16A-LS-Schalter. Die sind jeweils für eine Steckdose, sprich einer für zwei und der andere auch für die zwei anderen. Dann haben wir einen C-16A dreiphasig und C-32A dreiphasig. Jeweils den 16er natürlich für die 16er Steckdose und den 32er für die 32er Steckdose. Das Ganze wird abgesichert über einen Fi-Schalter. Somit ist auch der erweiterte Personenschutz gegeben. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, Anregungen oder sollte euch irgendetwas unklar sein, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Ihr erhält alle Produkte, die wir haben, auf preis-zone.com und bei allen zertifizierten Händlern. Solltet ihr auch, oftmals ist es ja so, dass man eine individuelle Anfertigung möchte, irgendwas wirklich angepasst an seine Bedürfnisse, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Auch da können wir euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.